In diesem Film möchten wir Ihnen zeigen, was sogenannte freie Radikale sind und wie wir unsere Zellen vor ihnen schützen können. Wir alle sind beinahe ständig einer Vielzahl von Umweltbelastungen ausgesetzt. Die bekanntesten sind zum Beispiel Autoabgase und Zigarettenrauch. Dies belastet unseren Körper im Besonderen mit freien Radikalen. Bei den freien Radikalen handelt es sich um Sauerstoffverbindungen, die uns in der Umwelt unmerklich und ständig umgeben. Man unterscheidet zwischen exogenen freien Radikalen, die von außen zugeführt werden, und endogenen freien Radikalen, die im Körper entstehen. Insbesondere in den Städten finden wir die exogenen freien Radikale, die wir direkt mit der Luft einatmen. Zudem können auch erhöhte Sonnenstrahlung sowie Medikamente und Belastungen in der Nahrung freie Radikale erzeugen. Freie Radikale werden auch Oxidantien genannt. Insbesondere beim Rauchen setzen wir uns dem Angriff der Oxidantien aus. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Zug an der Zigarette bedeutet, dass Milliarden Oxidantien eingeatmet werden? Auch andere Genussmittel wie Alkohol erhöhen die Anzahl der freien Radikale. Selbst in der Natur sind wir umgeben von freien Radikalen. Sauerstoff ist wichtig für die Energiegewinnung. Atmen wir eine kurze Zeit nicht, merken wir sofort, wie lebenswichtig Sauerstoff ist. Wir atmen Sauerstoff ein und dann gelangt er über die Lungen in unser Blut. Die roten Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff durch unsere Blutbahnen in alle Zellen unseres Körpers. Hier sehen wir, wie ein Sauerstoffmolekül in die Mitochondrien gelangt. Die Mitochondrien sind die Energiekraftwerke jeder einzelnen Zelle. Für die Bereitstellung der Energie benötigen sie Sauerstoff. Dabei entsteht auch Kohlendioxid, das wiederum mittels der roten Blutkörperchen zu unseren Lungen gelangt und dort ausgeatmet wird. Bei der Energiegewinnung entstehen in den Mitochondrien freie Radikale. Um die freien Radikale abfangen zu können, benötigen die Körperzellen eine regelmäßige Zufuhr von Zellvitalstoffen, wie zum Beispiel Coenzym Q10, Vitamin C und Vitamin E, die hier als Radikalfänger wirken. Freie Radikale sind Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron fehlt. Elektronen sind negativ geladene Elementarteilchen und unglaublich klein. Auf der zellularen Ebene, auf der wir uns hier befinden, haben diese Elektronen große Bedeutung. Denn die Sauerstoffverbindungen versuchen nun, sich dieses fehlende Elektron woanders wieder zu beschaffen. Davor sollten unsere Zellen geschützt werden. Zum Glück hat unser Körper im Laufe der Zeit Mittel und Wege gefunden, sich gegen freie Radikale zu behaupten. Und die Lösung ist einfach. Unser Körper aktiviert sein eigenes Abwehrsystem, das für seine Arbeit Zellvitalstoffe benötigt. Diese schützenden Zellvitalstoffe bezeichnet man als Radikalfänger oder auch Antioxidantien. Vitamin C schützt als Antioxidant gegen die Auswirkungen freier Radikaler. Werden freie Radikale dem Körper zugeführt oder im Körper gebildet, dann holt sich das freie Radikal das ihm fehlende Elektron vom Vitamin C. Fortan ist die Sauerstoffverbindung wieder komplett und kann ganz normal über den Stoffwechsel der Zelle genutzt werden. Der Zellvitalstoff Vitamin C ist wichtig für den Zellschutz. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir uns ausreichend mit Vitamin C versorgen. Insbesondere dann, wenn wir uns verstärkt freien Radikalen aussetzen, wie zum Beispiel beim Rauchen oder wenn wir in einer Großstadt leben. Neben Vitamin C wirken auch andere Zellvitalstoffe, wie zum Beispiel Mangan und Zink, als Antioxidantien. Vitamin E ist ein weiterer wichtiger Zellvitalstoff, der freie Radikale abfängt. Vitamin E befindet sich insbesondere dort, wo viele Fette vorhanden sind. Fette werden zum Beispiel in den Blutbahnen transportiert. Vitamin E verhindert die Verbindung ungesättigter Fettsäuren mit freien Radikalen. So lagern sich diese nicht in den Blutbahnen ab. Auch das Enzym Glutation ist ein wichtiger Zellvitalstoff mit antioxidativer Eigenschaft. Der Körper ist in der Lage, dieses Enzym selbst herzustellen. Dazu benötigt er die Aminosäuren, Cystein und Glutamin. In den Zellen gebildetes Glutation kann die Zellen vor den Auswirkungen freier Radikaler schützen. Freie Radikale sind Sauerstoffverbindungen, die durch Umweltbelastungen wie Stadtluft, Abgase, Sonnenstrahlung, Zigarettenrauch und Alkohol vermehrt im Körper entstehen. Die Zellvitalstoffe Vitamin C, Vitamin E, Mangan und Zink fangen die freien Radikale ab. Diese Zellvitalstoffe müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Cystein und Glutamin dienen dem Aufbau von Glutation. Glutation ist ein sehr wirkungsvolles Enzym beim Abfangen freier Radikale. Glutation ist ein sehr wirkungsvolles Enzym beim Abfangen freier Radikale. Glutation ist ein sehr wirkungsvolles Enzym beim Abfangen freier Radikale.